Hallo, ich bin Karin. Herzlichen Dank, dass du Saskia und mir bei dieser Slings in Motion Kurzlektion Gesellschaft leistest. Und wieder eine Vorlage mit entspannten Zehen. Kraftfluss durch die Körpermitte nach oben, tiefe Frontallinie richtet von innen her auf, die Rückenlinie von aussen hinten. Ausatmen, die Beine strecken, wieder so weit wie du möchtest. Einatmen, Armkreis über Kopf. Und kombinieren. Es ist ein Armkreis. Du senkst die Schultern ein wenig, ohne ganz zu senken. Und dann wieder nach oben, noch mehr Drehung. Einatmen, zentrieren, doppelte Perkussionsatmung noch einmal. Ein bisschen nach oben rollen, heisst Richtung Schultern. Öffnen durch die frontalen Armlinien, aktivieren der hinteren Armlinien. Heute steht die Lektion ganz im Zeichen der Laterallinie und der Spirallinie des Anatomy-Trains-Konzepts. Knie und Ellbogen auf der gleichen Seite beugst. Das ist eigentlich wie ein Passgang. Und dann nimmst du deinen rechten Arm wieder über Kopf, drehst das Brustbein in Richtung die Decke. Du schiebst dein Becken in eine miofasziale Schlinge, also eine Schlinge von Muskulatur und Faszien. Das ist eine Massage für die Hüftmuskulatur auf der Seite. Und so die Spannung, die du spürst in Haut, Oberflächen und auch tiefer liegenden Faszien. Hier sind Sehnen von Hüftbeugemuskulatur. Eine grosse Welle. Wie fühlt sich die grosse Welle an? Atmung einfach fliessen lassen. Front Support. Dynamic Lunge. Saskia und ich haben in dieser Kurzlektion ganz der tiefgründigen, tiefen Frontallinie und den weitreichenden Armlinien gewidmet. Ganz sanften Druck geben ist eine sanfte Aktivierung. Dann kannst du Höhe sitzen, auf einem Yoga-Block, wenn du einen hast, oder ein Kissen. Ausatmen, noch einmal mit der kleinen Welle nach vorne rollen. Und jetzt mit deiner rechten Hand ziehst du leicht in Richtung Körper und spürst, dein Brustbein wird gedreht nach rechts. Ein elastisches Aufspannen der Faszien der schrägen Bauchmuskulatur, also der Spirallinie. Das ist hier das Ziel. Jetzt wird schwungvoll. Der Arm schwingt, das Becken macht eine dreidimensionale Bewegung. Und wenn du nach unten gehst, drehst du das Brustbein aktiv nach rechts. Ich hoffe, es hat dir sehr viel Spass gemacht, dich hier mit uns zu bewegen. Es hat dir auch Spass gemacht, vielleicht etwas mal anderes zu machen als die Übungen, die wir sonst ins Links in Motion machen. Noch ein bisschen mehr Drehung, noch ein bisschen mehr Dimension. Uns hat es gefallen. Und wir hoffen natürlich, dass es auch dich bereichert hat. Und wir hoffen natürlich, dass es auch dich bereichert hat. Nichts mehr Drehung. Vielen Dank.